Gehen in Warteposition. Das Trümmer ist im Norden, Star Sergeant. Behalt deine Weisheit für dich, Jason. Kontakt! Rechte Seite! Ich habe ihn! Schieß dir ab! Bravo, Star Trek! Das ist richtig, tun die Jahn einfach. See! Gehen in Warteposition. Das Trümmer ist im Norden, Star Sergeant. Behalt deine Weisheit für dich, Jason. Kontakt! Rechte Seite! Ich habe ihn! Schieß dir ab! Bravo, Star Trek! Das ist richtig, tun die Jahn einfach. See! Gehen in Warteposition. Das Trümmer ist im Norden, Star Sergeant. Behalt deine Weisheit für dich, Jason. Kontakt! Rechte Seite! Ich habe ihn! Rechte Seite! Komm schon! Komm schon! Fuck! Ethan, alles klar! Also, mach doch die Hase vor! Bitte! Achtung! Ethan, alles klar! Richtig, Sir! Gut gefahren, Sergeant. Bleiben wir aus der Sonne, Ethan. Jetzt nehmen wir dieses Terminal ein. Treib die Front zurück in den Arsch, aus dem sie kam. Sektion abgesperrt. Notfallluftschleuse auf. Unser Zugangspunkt. Gehen wir rein! Einmal nachladen. Na, acht Schuss. Super. Darf ich? Ah, jetzt. Ausrücken! Achtung! Das Terminal ist gesperrt. Wir verlassen sie sofort zum Terminal. Oh Mann. Schießkommando. Von hinten erschossen. Erschossen? Exekutiert. Hier ist der F. Nimm keine Gefangenen. Alle tot. Alles blockiert. Durchkommen. Versuchen wir Ebene 2. Was gibt's hier denn? Handschuhe? Notfallruhrläden aktiviert. Notfallruhrläden aktiviert. Über diese Wand kommen wir rüber. Achtung! Das Terminal ist gesperrt. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Hier spricht Küstenwacht 1. Wie ist ihre Position, Küstenwacht 1? Werden festgenagelt. Ende des Terminals. Warte, alle D. Nichts wie him. Unter uns. Na, wo seid ihr alle? Sie schießen auf Zivilisten. Erdgeschossen. Wir rücken durch das Terminal-Wort und außerdem in Drachhaus zurück. Nichts. 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 Na. Oh, Entschuldigung. Ah. Okay. Daneben nicht. Vorrücken und los. Vorrücken und los. Oh, hat's da noch nicht. Los, du wirst. Sie sind verletzt. Entdeckung. Hammer nachladen. Fast. Wow. Oh, Trolleyon. Oh, Trolleyon. Komm schon vor da. Komm. Komm schon. 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 Mann, ey. Wo kommt ihr denn alle her, ey? It skips down in here. Okay. 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 Da kommt noch einer. Nach, Leute. Ah, jetzt wird's weniger, was? Er läuft ja schon vorne. Entschuldigung, Eason. Oh, fuck. Okay. So are you gone, eh? Oh. Okay. 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 Wo seid ihr eigentlich alle hin, eh? Okay. 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 Let's go. Fack. Sie wurden von einer Granate getötet. Achten Sie auf Granaten. Sie wurden von einer Granate getötet. Sie wurden von einer Granate getötet. So, wo ist er? Da kommt er! Da kommt er! Nein, das gibt's doch nicht. Sie wurden von einer Granate getötet. So, da kommt er wieder, was auch immer das ist. Sie wurden von einer Granate getötet. Sie wurden von einer Granate getötet. Sie wurden von einer Granate getötet. Schweinehorn. Schweinehorn. Sie wurden von einer Granate getötet. 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 Das ist der Gesamtsichtmodus. Diese Panzerung. Marines reichen. Wir brauchen gute Männer, keine Maschinen, Captain. Holen wir unsere Jungs da raus. Scars, vorgehen. Wir müssen durch die Tür. Ich helfe ihnen. So, was? Wo seid ihr? Rays, an diese Tür. Aha. Okay. Was? Da ran? Achso, klar. Warte alle zehn. Küsten wacht es in der Nähe. Alles klar. Alpha ein Küsten macht eins. Wir sind auf dem Weg zu ihnen. Kontakt vorne. Schäden. Wir Linie halten. Neutralisieren und vorrücken. Genau. Du knallst den Donaldk Luca. Ich schlaue mir aus ihr. Oh pushing, dann nehme ich weiter. Schäden die Tür zu dir hinter dir. Eine Mikro von einer Walz these. Bei den Standards allein. Schäden wie oder lieber Jungs? Auf die Purdie daran dir aus. Oh, ne, nicht schon wieder so einer. Na, was hat der? Danke. Unsere Leute sind direkt dahinter. Okay. Okay. Aua, Kopfschuss. Aua, Kopfschuss. Granade. Aua, Kopfschuss. Aua, Kopfschuss. Aua, Kopfschuss. High defense. Nein. Verdammt. Aua, Kopfschuss. Aua, Kopfschuss. Komm, lauf schon. Es wird dunkel. Nein. Er braucht Luft. Regendruck ist zu stark. Herr Moriah, wir brauchen sie. Das ist kalt. Na, los. Was für ein Glück. Sind alle unverzerbt? Alles bestens, Ethan. Und du? Volle Kraft, Sir. Die Erde steckt in Schwierigkeiten, wenn wir den Frachthafen nicht zurückerobern. Können zwei Großkampf...